Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Herzlich willkommen! Willkommen bei der Partei. Diese Saison ist eine Saison ganz spezielle Saison. Die Saison ist großartig. Die Saison ist großartig. Hallowein. Und wenn du, sonst, möchtest du auch mit 10 Fäger Straslawisch Nankadallon sind die Tschatsche, der Dulce und der Aasch. Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Hallowein ist zwar die Böse-Cei per Todes, per Els den Tanzschirr Lauteron Puschbein. Witzschleit, ha? Keller eine Kolte, die es noch spürt in das Kletz, der Wand du Sonnst. Es kostet dich, die Witzschirr der Nacht in die Partie wie Schnau in das Festival Hallowein? Keiner, aber ein paar andere Corona-Koronan. Aber danach, wer kann es noch ein Festivus gewinnen? Aber es kann sich nicht verstehen, dass er noch ein Festivus Hallowein ist. im Kursen Nation Anglese für All-Hellows-Eve. Und für den Manns, die Sera, auf dem Nomna Sonntia. Nomna Sonntia ist die christianische Kirche, die nicht alle die Sonne betrachtet. Halloween hat es nicht mit einer christianischen Kirche. Die Kirche ist bereits weit entfernt, in den Jahren mit der Irlande und der Skorzen. Die Christus leben gleich in den Zellen. Für die Zellen muss zwei Städte sein. Die Städte war für die Verte, und die Verte war für die Morte. Die Zellen, die nach dem Ostfestival Helloween führten die Zellen die Städte der Samhain, die Mitte der Städte war für die Morte. In dem Mond der Verte war das der Morte. Die Zellen managten, dass die Nacht auf die zwei Morte sind. Die Zellen führten die Zellen und die Räufe ab. Die Zellen führten die Städte nach dem Mond. Die Zellen waren in der Irlande und die Städte der Städte mit den christianischen Kirchen. Die Zellen führten die Zellen und die Zellen führten die Städte nach dem Mond. Die Zellen führten die Zellen und die Zellen führten die Zellen. Die Zellen führten die Zellen und die Zellen führten die Zellen. Die Zellen führten die Städte nach den Wörtern auf. Die Zellen sind die Zellen mit herausgepft Oh! Nein. Es ist eine sehr blöde, wenn man einen guten Niveau mit dem Rekord hat. Aber die Kraft hat, wenn man seit sechs Stunden, dass man es nicht mehr zu tun hat. Nichts, dass man heute die die Kraft elektrische, sondern das muss man sich setzen. Und das ist der Rekord mondial. Und ... Wenn die Possessoren in zwei Städte und Steinmosenina haben im Mai einen Rekord. Denn er hat den Tag in den Tag in Pimpinz und er hat auch in den Zellen Solaris. Der Architekt hat uns in den Schatten und hat ein paar Fotovoltaik gelegt. Der Tag ist so groß. Er hat die Proposition in einem Quartal, in einem ZDAT. Er hat den Motiven und Ästhetik gelegt. Hier ist vielmehr in der Casualität, dass die ganze Rekorde der Energie-Rekorde rompt. Aber es ist besser. Für mich bin ich schon in der Stadt zusammen. Für mich bin ich schon in der Stadt. Denn ich bin schon in der Stadt. Ich bin schon in der Stadt. Das ist für mich sehr important. Ich bin in der Stadt in der Stadt zusammen. Ich bin schon in der Stadt zusammen. Dieser Rekorde ist immer möglich, weil sie eine große Energie-Elektrische haben. In der anderen Seite ist die Haus isoliert. In der anderen Seite haben sie auch die Apparaten die eine große Energie-Elektrische haben. Die Moderna ist in der Stadt in der Stadt bethung, in den großen Fensteren, in den Sohlein, um die Haus zu spüren. Die Technik mit der Selle Solar gilt auch in der Küste in die Kase konventionelle. Wir wollen die Eintracht auf Schlecht-Romansch nicht mehr auf der Kurs mit den Ecken. In Rom ist es nicht, in Eternit, in den Zählern. Wir wollen das Ziel. Wir wollen, das ist ein Grund für das Ergebnis, dass die Eintracht amortizierte, die die Eintracht amortizierte. Wir wollen die Börse auch, wie sie, und sie sind für die Natur. Mit der Energie, die wir sind, kann die Auto-Elektrik von 13.000 km per an fahren. Die Bühne ist heute in der ganzen Welt. Die Auto-Elektrik ist schon ein Pustaus, oder? Was ist das? Ich bin ein bisschen aufwendet. Ich bin mit den Motor. Aber ich würde es nicht machen. Die Installation der Autos elektrischen soll die den Ton der Mientje Kasse schon fassen. Auch wenn die Ton, wie es geht, zogen Bels, mit vieles der tote Schwarz-Kalokers. Bels. Aber es gibt ein bisschen Bels, es gibt auch verschiedene Funktionen, wie es wichtig ist. Zum Beispiel, wenn die Ton produziert, es gibt auch noch eine Fischung, aber es gibt auch noch keine Schutz. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich für die Bels in die Bels geht. Ein Motiv ist das Klima. Ein Kalchins-Penz ist ein Pibot-Bain-Ternox und unser WIP-NC. Welche Plante fühlt sich in den Mientje Kassbubli in der Kasse, die auf der Sorge fährt? Eine ist unter der anderen Krapa. Seit Tausend hat die Bels in der Bels. Die Ursache ist vor allem, dass wir 2018 das rechnungsste Sommerhalbjahr hatten, seit Messbeginn. Und das hat dazu geführt, dass im Sommer bei der hohen Temperatur die Bäume nicht mehr atmen konnten, weil zu wenig Feuchtigkeit da war. Wir haben Pflanzen im Wallis, im Jura, im Tessin, im Engasin, im Mittelland. Und wir haben eigentlich alle Höhenstufen dort berücksichtigt. Wenn wir in Peron sein, in Stemperaude schaue totes Plante in welche Tag Uaule zur Bravone. In Lüge ideal per plantar Penis, Laris und andere Plante detest. Bei der Grigion Tests important. In der Schweiz und der Region lassen sich auch ein Futur für die Protektion der Bäume und Läume, weil die Arzt in der Region eine Protektion ist. V.a. in den Schutzwäldern, wenn man Weibaumarten setzt, wenn man Fichte hat, und die dann ausfällt, sei es durch Sturm, sei es durch Borkenkäferbefall, dass man nichts mehr hat. Und die Konsequenz wäre daraus, dass man Schutzbauten erstellen müsste. Ausparungen der Sauerkennung und Protektion. Aber ob die Plante auch in dem Futur Welche Tests haben schon in der Antwort, bevor die Plante die Sauerkennung in der Zukunft beobachten? Man muss damit rechnen, dass es grössere Schäden geben wird. Es ist wichtig, dass man eine gewisse Diversität reinbringt, dass man verschiedene Baumarten aufziehen kann. Und dass man auch Samenbäume hat, die den Platz einnehmen für andere Baumarten, die ausfallen. Wir entscheiden, dass die Plante in der Kräscher schon als nächstes Pärons muss die 380 in der Altec. Aber wir sehen die Kräscher in der Leunga-Wüste, in der Vierge Trenton und Patientia. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. und Samen. . .